hallo raf steht ja mit einem neuen video ja ich habe kurz in post bekommen und zwar der neue im piketer look und er ja der gefällt mir wieder wesentlich besser wie der letzte und zwar hier sind wieder cd besprechungen drin was er beim letzten nicht nicht so gewesen ist und hier halt wenn er wieder zu dies vorgestellt hier also mehrere seiten halt wo wieder zu dies vorgestellt werden was ich wieder sehr begrüße ja gut kurz das video und über sagen bis zum nächsten mal